Aufgepasst! Entdecken Sie jetzt den neuen Relax Saugroboter von Vileda. Der intelligente Staubsaugeroboter erledigt Ihre tägliche Zwischendurchreinigung von ganz alleine. Und Sie können sich entspannen. Relax Saugroboter ist mit einem effizienten 3-Stufen-Reinigungssystem ausgestattet. Auf Knopfdruck reinigt er Ihre Böden gründlich und nimmt Schmutz, Staub und Haare auf. In Phase 1 sorgt die spezielle Seitenbürste für die effektive Entfernung von Schmutzpartikeln in Ecken und entlang von Kanten. In Phase 2 werden kleinste Partikel und Haare dank der beiden rotierenden Bürsten an der Unterseite aufgenommen. In Phase 3 kommt der Staubsauger zum Einsatz, der feine Staubpartikel vom Boden aufsaugt. Die clevere Kombination dieser 3 Phasen sorgt für eine optimale Reinigungsleistung. Relax Saugroboter ist mit einem intelligenten Navigationsprogramm ausgestattet. Er umgeht Hindernisse eigenständig, sobald er diese berührt. Die besonders nachgiebigen Stoßdämpfer sorgen für den maximalen Schutz Ihrer Möbel. Dank der geringen Höhe von Relax sind selbst schwer erreichbare Stellen kein Problem mehr. Er ist außerdem mit speziellen Sensoren ausgestattet, die Treppen erkennen und somit Stürze verhindern. Egal ob Fliesen, Parkett oder Laminat, Relax Saugroboter reinigt alle Hartböden sowie kurzflorige Teppiche. Zudem überzeugt er durch seine geringe Lautstärke. Er ist leiser als die meisten üblichen Staubsauger. Legen Sie Relax die Füße hoch und überzeugen Sie sich selbst. Ab jetzt übernimmt Relax Saugroboter von Vileda die Arbeit für Sie. GmbH 2021 GmbH 2021 GmbH 2021 GmbH 2021